Das The Quad Resort & Casino Ex-Imperial Palace liegt in Las Vegas in Nevada. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das The Quad Resort & Casino Ex-Imperial Palace eine Weiterempfehlungsrate von 55%. 107 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4 von 6 Sonnen wert. Hotel allgemein. In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,7 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.